Du meinst einmal in der Woche Valhalla, aber dann brauche ich ja noch länger als ein Jahr. Dann brauche ich ja, I don't know, wie lange brauche ich denn dann, um das komplett zu finalisieren. Wie ich es finde bisher, würdest du es empfehlen? Also ich finde es mega gut, ich finde kämpfen mega anstrengend, aber empfehlen würde ich es trotzdem, ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, schwarzer Gipfel. Guckt, hier bin ich, hier war ich letztens alleine und ich bin fast verzweifelt, weil hier ist irgendwo ein Schatz, da dieser gelbe Punkt Reichtum, Reichtum und Macht. Aber ich finde den nicht, ich finde den einfach nicht. Wenn ich jetzt gleich Adlerauge mache, da, guck, da ist irgendwas gelbes. Aber wo zum Henker soll das bitte sein? Vielleicht ist das irgendwo unter der Erde, unterirdisch. Seht ihr dieses, dieses gelbe? So, dieses gelbe, das ist irgendwo, irgendwo hier. Irgendwo da, aber ich komme da nicht hin. Oh, oh, wartet, stopp, ist es vielleicht hier? Ist es vielleicht hier? Nein, zu früh gefreut. Zu früh gefreut, Leute. Aber dieses Reichtum, wo ist es? Das ist irgendwie so in der Wand drin. Die Steinmauer geht einfach nicht kaputt. Seht ihr das? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Lol. Wartet mal. Lol, wartet mal. Ist das hier? Das ist bestimmt hier. Also hier bin ich noch nicht gewesen. Aha. Aha. Ach du heilige Kanone. I'm good. How are you doing? I'm doing very good as well. Ich habe das Reichtum gefunden. Können wir beruhigt weiter reiten. Krass, das war direkt hier links und ich bin da nicht lang gelaufen. Wie doof kann man sein? Wie doof kann man noch bloß sein? So. Reit hier. Let's go. Wann sie ist... Okay, ich kann heute... Alter. Ich konnte gestern Abend nicht schreiben und heute kann ich nicht reden. Was ist da los? Was ist da los? Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir noch Snacks besorgen für Freitag. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ich komme rum oder kommst du Gin? Grandnabrück. Slendern. Boah, ich finde die Sounds so gut. Was ist mit vergammelten Käse? Weg damit, oder? Die alten Käsen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ekelhaft. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend, Mr. Gentleman. Herzlich Willkommen. Schön, dass du einschaltest. Wir sind gerade hier beim Shoppen. und verkaufen gerade. Zerbrochener Bogen. 13 Stück habe ich davon. Ja, dann weg damit, oder? Braucht doch kein Mensch. Unglaublich. Alright. Dann sprechen wir jetzt mal hier mit irgendwen von unseren Männern. Einer von den dreien ist ein Verräter und wir müssen herausfinden, wer es ist. Ich habe aber schon wieder vergessen, wer nicht verdächtigt hat. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Gottlose Heiden. Vertreiben. Euch alle. Möge Gott euren Seelen. Was? Wart mal, wer hat ihn gerade getötet? Wer ist der Imposter? Am besten vielleicht mal mit Bewohnern auch sprechen. Sollte ich machen, ja? Ich wollte gerade einfach drauf los. Ich denke, das ist der Weißhaarige. Ich dachte erst, das ist der Mann mit dem Perlenbart. Also, die Frau kann es nicht sein, weil die ist ja verliebt in die Soma. Also, aus Liebe? Ja, aus Liebe kann man schon scheiße machen, aber... Der Retter! Alle töten. Wo sind denn die Bewohner? Wo sahenst du denn? Wo sahenst du denn? Spring nach da. Na, wohin läufst du? Nö. Das klingt verrückt. Na, endlich. Gelbe... Gelbe Farbe! Eine Spur gelber Farbsprintheer. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert. Und dann die Angreifer eingeschloss. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Eine Spur gelber Farbspritzer. Oha! Voll Sherlock Holmes-Style. Aha! Aha! Es ist Safe Leaf gewesen. Von wegen meine Farbe wurde geklaut. Von wegen. Ist das eine Katze? Oh, eine Katze. Oh mein Gott. Das ist eine Riesenkatze. Oh mein Gott. Habt ihr die Katze gesehen? Kusch, kusch! Bleib meiner Burg her. Jetzt, jetzt. Oh Gott. Dieses Gesicht. Und die Nase. Peace. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Hier so... Aha, hier suche... Ach, hier steht's doch. Suche im Sumpfgebiet nach Hinweis. Suche im Sumpf nach einem gelben Langschiff. Oh, warte, ich will plündern kurz. Ja. Banditen drücken dieses Langschiff an. Die Überlebenden sind in den Nebel gerannt. Sie wurden von einer Hälfte der Banditen verfolgt, während der Rest es plünderte. Jump rein. Jump rein. Lesen. Diese Schnitzereien sind Ferse über Galen. Sein Blick hat ein Ziel. Sehr forsch ist sein Geist. Dann rennen wir jetzt zurück ins Langhaus und stellen den Verräter. Ich bin bereit, jemanden zu beschuldigen, Leute. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Sind wir ready? Wer ist der Verräter? Galen hat dich verraten. Bist du dir sicher? Nein, ich muss weiter nachdenken. Ja, ich bin sicher. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Also doch der mit dem Perlenbad. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben, wichtiger nehmen als uns alle? Leute, ich habe die voll komplett verwechselt. Ich dachte, der Weißhörige ist Galen. Er glaubte zu sehr ans Schicksal. Beuland! Zwei Fertigkeitenpunkte. Ey, aber Leute, ohne Witz, ich bin voll verwirrt. Ich dachte erst... Galen. Galen, Galen, Galen. Ich dachte, der mit den Perlen ist der Leaf. Aber dann ist der Leaf der andere. Und der Galen ist der. Das ist verrückt. Ich bin jetzt vielleicht bei 10% des Spiels. Also eine ganze Quest haben wir geschafft. Letzt dich jetzt da hin. Hinsetzen. Achso, das ist vorne. Achso, das ist vorne. Lol. Ich habe das Schiff falsch rumgesteuert. Oh Gott. Speichern. So, zurück. Mal gucken, wie viel Prozent... Äh... Leute, hier steht immer noch 9%. Wir haben immer noch 9% vom Spiel. Das heißt, diese eine Quest, die wir heute geschafft haben, die hat gar nichts dazu beigetragen. Krass. Ich bin einfach zu langsam. Das ist ja voll nervig, wenn man so viele Körner hat und die nicht ausgeben kann, oder? Ich muss mir irgendwas überlegen. Ich muss mir irgendwas... Hä? Ein bisschen dauert es noch? Aber ist das nicht schon fast eine Million? Oder bin ich jetzt mathematisch komplett lost? Warte mal, wo steht die Zahl? 96,5.000. Achso, man ist da fast an der 100.000, nicht an der Million. Ups. Ich dachte noch 4.000 und dann hat man eine Million. Okay, sorry. Ups. So, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.